Seid ganz herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe, Knelingen. Schön, dass ihr dabei seid. Bei mir geht es in dieser Woche jetzt wieder so richtig los mit dem Arbeiten und ich bin total dankbar, dass ich letzte Woche eine ziemlich entspannte Woche erleben durfte. An einem Tag war die älteste Enkelin Hanna bei uns. Wir sind dann auch rübergegangen in die Kirche, um den Christbaum anzuschauen. Wir sind dann sogar hochgegangen zu den Glocken, haben die Orgel ausprobiert. Aber für Hanna war das absolute Highlight die Krippe in unserer Kirche und diese Jesuskindpuppe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bei ihr ausgelöst hat. Sie hat diese Puppe rausgeholt, hat das Stroh weggemacht, hat sie in den Arm genommen, hat ihr die ganze Liebe und Fürsorge, die sie in ihrer kindlichen Weise hatte, ihr gegeben. Sie konnte nicht genug von ihr kriegen. Immer und immer wieder haben wir die Geschichte erzählt, hat sie nachgefragt. Wir waren ewig in der Kirche. Dieses Bild hat mich angerührt. Hanna, die das kleine Jesuskind an sich drückt, die es liebkost und die so viel Liebe für sie hat, die Jesus gar nicht mehr loslassen will, gar nicht mehr hergeben will. Sollte so nicht auch unsere Liebe zu Jesus aussehen? So ganz ausgerichtet auf ihn? Dieser Gedanke ist mir in Kopf und Herz gefahren und hat sich festgesetzt. Natürlich drängen sich dann auch bei mir gleich ganz andere Gedanken in den Vordergrund. Naja, ist ja klar, dass ein kleines Mädchen auf so eine Puppe abfährt und überhaupt, die versteht ja noch gar nichts, wer Jesus wirklich ist. Ja, so sind wir, wir klugen Erwachsenen. Wir wissen es eben besser. Wir können es erklären. Aber oft ist eben unser Glaube dann auch so nüchtern, so emotionslos, so blutleer und kalt. Ja, wir wissen viel, aber oft lässt es unser Herz kalt. Wir hören die guten Worte Gottes, aber sie erreichen uns nicht mehr. Wir singen von der Freude und es ist so wenig davon zu spüren. Es ist ein verwegener Gedanke. Jesus könnte vielleicht mehr Freude an diesem Kind haben, das selbst vergessen und ganz irrational seine Liebe ihm schenkt. Ihm, der als Puppe an Weihnachten in der Krippe in unserer Kirche liegt. Ihm, der in Gott selbst zu uns gekommen ist, um uns seine ganze Liebe zu zeigen. Aber ist der Gedanke wirklich so abwegig? Warum sagt Jesus denn in Richtung seiner Jünger, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen? Oder wenn er nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet er nicht ins Himmelreich kommen? Liegt da nicht neben dem schlichten Vertrauen auf Jesus auch eine ganze Portion Liebe zu ihm drin? Und noch einen Schritt weiter. Warum stellt Jesus sich denn auf die Seite dieser Frau, die ein ganzes Gefäß voll Salböl im Wert von einem ganzen Jahresgehalt für ihn gibt? Und er stellt sich gegen die so vernünftig argumentierenden Männer, die dabei sind und die meinen, was man mit dem Geld alles hätte Gutes tun können. Aber ihr Herz ist kalt geblieben, während das Herz dieser Frau so voll Liebe zu Jesus war. Das wünsche ich mir für mich, für uns in diesem neuen Jahr, dass in unseren Glauben eine gute Portion mehr Herz, mehr Liebe, vielleicht auch ein bisschen mehr Emotion reinkommt. Dass wir nicht nur von der Liebe zu diesem Herrn reden, sondern dass sie auch spürbar und sichtbar wird. Ich weiß, das ist für uns Erwachsene gar nicht so leicht, diese Liebe ihm gegenüber auszudrücken, ohne dass es gekünstelt ist. Ich merke, wie mir die Lieder dabei helfen. Oft alte Lieder, deren Texte voll Emotion für Gott und Jesus sind. Schaut euch zum Beispiel mal das Lied, ich bete an die Macht der Liebe an, im Gesangbuch Nummer 651 in Vers 3. Ich fühl's, du bist's, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Bei mir sind es noch öfter die neuen Lieder, die wir Lobpreis oder Anbetungslieder nennen. Man mag über ihre musikalische Qualität oder die Tiefe ihrer Texte streiten. Mir helfen sie, meinem Gott, meinem Jesus gegenüber, auch mit Herz und Emotion auszudrücken, wie dankbar ich ihm bin, wie wichtig es mir ist, ihm nah zu sein, eben eins mit ihm zu sein oder wie es Paulus ganz oft sagt, in Christus zu sein. Nein, ich schalte meinen Verstand deshalb nicht aus. Natürlich ist es mir wichtig, immer wieder Neue zu entdecken und nachzuforschen, was Gott uns in Jesus schenkt. Worte dafür zu finden, dass andere das eben auch entdecken können. Gutes in diese Welt hineinzutragen. Aber wisst ihr, wenn unser Herz nicht dabei ist, wenn ich in dieser Hinsicht nicht auch ganz Kind sein kann, mich hineinfallen lassen kann in diese Liebe Gottes, die er in Jesus schenkt, dann kann ich vielleicht mit Menschen und mit Engelszungen predigen und es bleibt trotzdem hohl und leer und alles Spenden und Gutes tun, würde ohne diese Liebe eben doch nicht sein. So drastisch sagt es der Apostel Paulus im 1. Korinther 13. Ich habe es jedenfalls als großes Glück empfunden, die kleine Hannah mit ihrer sehr kindlichen Jesusliebe erlebt zu haben. Ich habe das als Reden Gottes zu mir erlebt. Und ich hoffe, dass unser Herz, unsere Leidenschaft, unsere Liebe zu Jesus neu angefacht wird und bleibt. Bleibt behütet und im Frieden Gottes. Bis zur neuen Zuversichtgedanken am kommenden Mittwoch. Euer Siegfried Weber. Bis zur neuen Zuversicht rồi. Vielen Dank.